Tag, ich bin gerade erst von meinem Kurztrip aus Solto zurück. Meine verrückten Wilden lebensgefährlichen Abenteuer werde ich euch noch später in einem kurzen Video präsentieren und ich habe immer schnell mal was zusammengebaut aus 37 Teilen und stelle euch gleich die Frage, sind das noch Klemmbauchsteine? Tag, ich grüße euch heute ein neues Video und da werden jetzt einige die Nase rümpfen oder was anderes oder die Fußnägel werden sich aufrollen, denn Airfix, quick build, no glue, no paint, just build. Ich drehe um, dann kann ich euch zeigen, ja, ich mache eigentlich Klemmbauchsteine hauptsächlich, aber hier sind auch Noppen, also Teile mit Noppen dabei. Natürlich sind das hier hauptsächlich zusammensteckbare Formteile, also das hier ist praktisch der große Onkel von Kobi und seinen Formteilen. Dagegen ist Kobi, wie gesagt, wahrscheinlich harmlos, beziehungsweise ein Waisenknabe. Ich weiß, dass es jetzt viele gibt, die sagen, ah, Noppen gehören dazu, wenn man mit Klemmbauchsteinen baut. Ich bin eher der Meinung, also für mich sieht es schöner aus, wenn ich jetzt ein Modell baue, also jetzt so Modell vom Panzer, Flugzeug oder sonst was oder Auto, dass man da so wenig Noppen wie möglich sehen sollte. Vielleicht noch ein paar, um zu sehen, dass Klemmbauchsteine sind, aber wie gesagt, ich störe mich nicht an Formteilen, ich störe mich auch nicht an Kobi und deswegen habe ich mir das hier mal bei Müller gekauft. 14 Euro, ich glaube, es gab nur noch ein Flugzeug und so ein Stealthfighter. Das gibt es, glaube ich, auch für Autos und ich glaube auch, dass es so was von Revelle gibt, da weiß ich jetzt aber nicht, ob das auch mit Noppen ist hier. Das ist jetzt auch ein neues Prinzip, das gibt es schon eine ganze Weile. Ich habe auf Amazon da verschiedenste Sachen in Beobachtung und habe mich aber immer nie so getraut und ja, und dann habe ich halt spontan lustig mit Grete gewesen bei Müller. Sie wollte Süßigkeiten und was zu trinken und ich habe dann mal guckt, was ich so bei Spielzeug gibt und dann lag das da und dann dachte ich mir, ach komm, probier es einfach mal aus. So, aha. Ja, genau. Wir haben hier eine Tüte mit sehr vielen Formteilen und ja, das sind original Noppen. Hier sind sogar sehr, sehr viele Noppen. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Oh, es gibt, das sind Aufkleber und sind Abziehbilder. Moment, ne, es sind Aufkleber. Collect them all. Ja, seht ihr, da gibt es noch viel mehr. Da gibt es sogar Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg, dann moderne Flugzeuge. Ansonsten ist das hier ein großes, relativ langweiliges Formblatt. Hier wird auch nichts. Okay, das ist alles grün, das bleibt alles grün, ob man es nur auskraut oder nicht. Da die Teile, ja, ist egal. Aber ich sehe gerade, die schwarzen Teile bleiben. Auch schwarz, ja, überall wo rangebaut oder tatsächlich in diesem Fall aufgenommen werden muss, ist mit roten Punkten markiert. Fällt mir großartig. Ich bin jetzt, bin begeistert. Mal schauen, ob es sich gebaut, ob es stabil ist. Es gibt sogar einen Stand dazu. Ja, toll. Ja, super. Na, fantastisch. Da baue ich jetzt mal den Airfix Quick Build Apache, den allerechten, nicht den 207er, sondern den allerwirklichen. Hier hinten ist nochmal in Bild- und Zeichensprache dargestellt, wie lang, warum, wieso, weshalb der und so viel wiegt und hochfliegt und dass den zwei Mann fliegen und dass das eine ziemlich flotte Maschine ist, der Apache. So, bin noch geschwafelt. Ich setze jetzt hier mal meine Teile. 50. Ich würde sagen, 50. Das steht hier nicht, wie viele Teile das hat. Ah, doch. Oh Gott. 50er geschätzt. Es sind 37 Pieces. Ich sage mal, so, wahrscheinlich beruhigt dafür mit dem Samt stecken. 20 Minuten, halbe Stunde. Andere Leute, zum Beispiel aus Kulmbach, wahrscheinlich einen halben Tag. Also, ich baue mal los. Bis gleich. 10, 15 Minuten maximal hatte die dauert. Die Teile ließen sich alle 1A super verbauen. Ja, wenn ich dir sagen müsste, die Klemmkraft und Haltekraft, die ist super, sehr gut. Es sind wahrscheinlich keine Go-Bricks-Steine oder von Panlos oder von Segao oder gar von Lego. Ihr habt gerade gesehen, er kann hier ein bisschen seinen Rotor bewegen. Seinen Heckrotor kann er nicht bewegen. Ich habe hier ein paar Aufkleber angebracht, die sind so durchsichtig, so eine Trans-Clear-Aufkleber. Die lassen sich auch super verarbeiten, die kleben auch super. Hier vorne ist so eine Art Trans-Black-Teil drin. Das ist auch ohne Kratzer. Es sieht super aus. Auch die Teile an sich, super Qualität. Das hier ist auch super stabil. Ich kann das hier auch jetzt hier... Oh, ist ziemlich fest am Ständer. Und könnte jetzt theoretisch, wenn ich jetzt Lust hätte, auch... Hubschrauber-Rundflug spielen. Also das hier ist doch stabil für Kinder. Also nachdem die das zusammengeklemmt, gepresst, gebaut haben, kann man da auch wunderbar mitspielen. Kobi, vergesst eure Panzer, wo keine Ketten dran sind, diesen Rotz. Da hinten stehen sie konzentriert auf sowas hier. Das finden Kinder doch viel cooler. Also, was steht hier? 6 plus. Ja, ich glaube, wenn Papa vielleicht oder Mama auch mal so ein Auge über die Schulter wirft, weil in dem Fall sind es hauptsächlich grüne Teile. Und dann mal zu gucken, auf welche Noppe muss es denn nun? Ist es die Noppe oder die? Aber ansonsten kriegt es jedes Kind zusammen und hat danach einen wunderbaren, hübschen, kleinen, spielbaren Apache-Hubschrauber. Aber mal so eigentlich schon, ich werde euch jetzt hier nichts über den Apache-Hubschrauber erzählen. Da seid ihr wahrscheinlich schneller und besser dran, wenn ihr einfach bei Wikipedia guckt oder bei JGPT euch diese Fragen beantworten lässt. Wie gesagt, ist ein sehr stabiles Modell, lässt sich super klemmen. Ist großartig. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass ich dieser Aufforderung hier von Airfix, Collect'em All, nachkommen werde und mir auf jeden Fall hier noch die Messerschmitt hole. Ja, die Spitfire ist auch gut aus. Die modernen Flugzeuge bin ich nicht so, aber mal gucken, was es da noch so gibt. Ich glaube, eine Mustang gibt es auch. Die habe ich auch gesehen. Eine P-51D oder so. Okay, also ansonsten, für alle Noppenpuristen ist das gar nichts. Überhaupt nichts, weil wenn ihr fertig gebaut habt, könnt ihr keine einzige Noppe sehen. Nein, ihr müsst hier vorne ins Cockpit reingucken, dann seht ihr vier Noppen an, ansonsten, ne, hier unten vielleicht noch, da wo das MG dran ist, das ist so ein Rounds-Daten-Rotor. Ohne Loch in der Mitte, also kein geschütztes Lego-Teil an der Stelle. Da könnt ihr noch sehen, dass das mal ein Klemmenbaustein war, ansonsten nö. Ist das jetzt hier ein fertiges Modell-Form-Til-Set, was aber zusammengeklemmt wird mit Noppen. Ja, ich bin begeistert, also von mir kriegt das auf jeden Fall einen Daumen hoch. Den hat jetzt hier 14 Euro gekostet, gibt es wahrscheinlich auch teurer und billiger. Und für alle, die so ungeschickt und wirklich unqualifiziert sind, für diese Revell, Airfax, Tamiya und wie sie alle heißen, die Hersteller hier mit Klebstoff ausknipsen, dann zusammenbauen und dann anmalen, als wäre es perfekt. Hier, zwei linke Daumen, Freunde, zwei linke Daumen. Ja, deswegen ist das für mich schick, äh, klar eure Kaufempfehlung. Ich glaube, bei, bei, habe ich gerade, äh, habe ich gerade für sich Geld verloren? Wenn, tut es mir leid, ähm, auf jeden Fall bei Amazon, bei Müller, habe ich es hier sehen, vielleicht auch bei sonstigen entsprechenden Händlern, ich habe mich da noch nicht informiert. Müsst ihr einfach mal gucken, hier, Airfax, Quick Build eingeben bei Google, und dann werdet ihr bestimmt irgendetwas finden, oder hier, www.airfax.com. Ansonsten, das soll es gewesen sein, ein kurzer Einschub, ich habe meine 14 Euro nicht bereut. Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreien, ob ihr diese, äh, für ganz großen, ob das für euch noch Klemmbausteine sind, oder ob das für euch jetzt, ja, was wäre eigentlich das Gegenteil, dass das, äh, Modellbau ist, wobei aufs Klemmbausteine kann man ja auch Modellbau machen. Okay, dann vom Nix anders, ist das für euch noch Klemmbausteine, oder ist das für euch Formteil Massaker? So, das soll es gewesen sein, ich wünsche euch noch einen schönen, wann haben wir jetzt, wenn das Video rauskommt, ist es einen Donnerstag, dann wünsche ich euch schon Restwoche, und wann immer ihr dieses Video seht, wünsche ich euch Spaß, Glück, Erfolg und Gesundheit. so 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 Untertitelung des ZDF, 2020